Hallo alle und ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren Cyclic Tutorial. Heute geht es um den Ender Zag und der Ender Zag wird hergestellt aus fünf Leder, einer Ender Chest, zwei Ender Perlen und einem Crystalized Amber. Die Funktionalität ist relativ einfach. Wir haben eine Ender Chest aus Minecraft, ein ganz normales klassisches Item und wir packen da verschiedene Sachen rein. Können wir machen oder können wir auch nicht machen, wie auch immer. Auf jeden Fall haben wir hier den Ender Zag. Können wir irgendwo hingehen, können wir den irgendwie ganz normal transportabel entsprechend nutzen. Wir machen einen Rechtsklick auf den Ender Zag und wir haben Zugriff auf unser Inventory der Ender Chest und im Grunde genommen war es das auch schon vom Ender Zag. Vielen Dank fürs Einschalten und bis demnächst. Ciao.